Auf zum Whale-watching in Monterey Bay. Hallo Louis! Wo bist du gerade, Leon? Ich mache eine Bootfahrt gerade. Was sehen wir dann da? Wale und Seelöwen. Mach mal ein Video von den Wahlen dann. Ja. Und dann schicken wir es dir, Louis. Vielleicht. Wo sind die Wale? Ja. 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 Ich habe es überlebt. Ja. Ich auch. Ja. 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 Ein kurzes Fazit zum Wheelwatching in Monterey, Alexander und Gabi haben geglaubt sie sterben bald wegen Seekrankheit und Leon hat mich die ganze Zeit genervt mit ich hab Hunger, ich will was essen, aber wir haben Wali gesehen.